Ich freue mich sehr, dass heute Abend Pink Apple die goldige Ehremedaille vom Kanton Zürich bekommen hat. Es ist ein Preis geworden, der unter allem mehr als verdient hat. Sehr viele freiwillige Arbeit, sehr viele Menschen mit Leidenschaft, Mut, Durchhaltewillen. Sie kämpfen für die Liebe für alle. Sie kämpfen dafür, dass Menschen frei nach ihren sexuellen, gesellschaftlichen, politischen Orientierungen leben können. Sie kämpfen für ihre Freiheit, als LGBT-Community sie kämpfen, aber damit auch für unsere Freiheit. Herzliche Gratulation und ganz herzlichen Dank für das große Anpassung.